Hey Leute, hier ist eure Chantal, ich dachte mir gerade ich nutze die Gelegenheit, weil Joey ist gerade auf Klo und sagt irgendwas von wegen er macht sich frisch, wenn er versteht was ich meine und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal das Intro, weil ich bin eh der eigene Showstar von diesem Video, ja? Okay Leute, wir machen heute was richtig krasses und zwar habt ihr mir so viele Fragen gestellt, dass ich mir... Oh Mann Joey, warum kackst du immer so schnell, ey? Chantal, zieh Leine! Und schimm mal, ja, ich geh ja schon, bis gleich Leute. Hallo meine kleinen Mini-Freunde, Chantal hatte recht, denn heute kommt was Großes auf euch zu. Ich würde sagen, es wird höchste Zeit, mal wieder ein paar Fragen zu beantworten, die ihr mir da draußen über Twitter gestellt habt. Und zwar mit mir, Chantal, in der Hauptrolle, ist ja klar. Und damit Chantal jetzt endlich mal die Schnauze hält und wir mit dem Video beginnen können, würde ich sagen, let's go mit dem Video, wuhu! Mehrzahl von Kaktus? Keine Ahnung, äh, Kaktusse? Was hab ich da gerade gehört? Also die Kaktusse bin ja wohl immer noch ich, ja? Magst du Kinder, Joey? Was genau könnte sie jetzt mit Kinder, Joey meinen? Also entweder sie meinten mich, als ich noch ein Kind war. Mama, ich muss mal kacken. Joey, du kannst doch jetzt hier nicht kacken gehen. Du wartest jetzt, bis wir wieder zu Hause sind, okay? Aber Mama, ich muss mal ganz dringend kacken. Ist aber kein Klo. Aber Mama, ich muss mal kacken. Joey, hier vorne ist alles voller Leute. Die sehen doch alle, wenn du jetzt hier kackst. Hey, ich bin auch noch da. Ich bin übrigens Chantal, die Kaktusse. Hey Leute, ähm, sag mal, wo guckt ihr eigentlich die ganze Zeit her? Ah, okay, fein. Dann kackst du jetzt eben hier in die Handtasche rein. Wenn du fertig bist, nimmst du die Taschentücher, die da drin sind. Oder mich in einem Paralleluniversum, in dem es mein Job ist, Kinder zu bespaßen. Hallo Kinder, guck mal, ich frag mich jetzt ein Ei und was brauche ich dafür? Ne Pfanne. Oder sie meint natürlich das neue Produkt, das wahrscheinlich nächsten Monat von den Machern von Kinderschokolade rauskommt. Mich. In Originalgröße. In Schokoladenform. Kennt ihr das eigentlich auch? Ihr gönnt euch so ein richtig leckeres Kinderjoy, aber es ist so klein, dass ihr es förmlich einatmet. Und deswegen ist der ganze Genuss binnen Sekunden schon wieder passé. Wir, die Macher von Kinderschokolade, haben uns lange überlegt, welches Produkt wir nach unserem erfolgreichen Kinderjoy rausbringen können. Und dann kam uns die Idee. Kinderjoy. Kinderjoy sieht genauso aus wie Joey von Joey's Jungle. Und er ist sogar genauso groß wie Joey. Der einzige Unterschied, Kinderjoy besteht aus 80 Kilogramm zartschmelzender Vollmilchschokolade. Wenn du dieses Teil also mit einmal wegsnacken willst, musst du entweder ganz schön Hunger haben oder Joey von Joey's Jungle einfach abgöttisch lieben. Oh mein Gott, Kinderjoy! Das neue Kinderjoy für den extra großen Hungerschokolade. Kinderjoy. Jetzt im Kühlregal. Lecker. Oder sie hat sich einfach nur verschrieben und meint eigentlich Kinderjoy. Cover mal, my heart will go on in verschiedenen Akzenten. Hab dich lieb. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 That is how I know you go on. Far across the distance, All spaces between us, He knows you have come to show you go on. Neufer, wherever you are, I believe that the heart does go out. Once more, you open the door and you're here in my heart and my heart will end. Boah, jetzt ist mir aber ganz schön die Luft weggeblieben, du. Mach dich ja von mal Acker, du aufgeblasene Putte. Jetzt kommt der gestiffelte Katter. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go out. Hau ab, du blöde Katze und mach Platz für den Bollywood-Star. Once more, you open the door and you're here in my heart and my heart will go on end. Oh, ähm, Burstelmusikern, ich bin der Bollywood-Star und ich bin hier noch nicht fertig. Was würdest du tun, wenn du herausfinden würdest, dass deine Kuscheltiere immer mit Wummel-Party machen, wenn du wegfisst? Alles klar, ich fahre jetzt los und dann bin ich so in 10 Minuten da. Was habe ich da gerade gehört? Okay, cool, dann gleich. Okay, Leute, lasst die Partys starten. Juhu! Hä, wo kommt diese Musik her? Vorsicht, er kommt! Ja, was? Hm? Okay, Leute, weiter geht's! Juhu! Hä, wo kommt das denn her? Vorsicht, er kommt! Hä, wo kommt denn diese Musik her? Weiter geht's! Wuhu! Wo zur Hölle kommt das her? Er kommt wieder rein! Jetzt aber! Hm? Oh, Mann, hey, ich verstehe das nicht! Trottel, du bist ein Agent. Zieh dich schwarz an und hol einen Föhn. Jetzt tu so, als würdest du Emmy erschießen! Joey, Hilfe! Emmy! Emi? Wer bist du denn? Und wo ist Emmy? Ich hab Emmy gefressen! Und ich sehe nur so scheiße aus, weil alle meine Haarpflegeprodukte verschwunden sind! Ernsthaft? Gebt's, tu nicht so scheinheilig und gib mir endlich diesen Föhn! Vergiss es! Nein! Jetzt spuck schon aus! Hä, was meinst du? Du weißt ganz genau, was ich meine! Und meine Spangen! Mein Salzspray! Und mein Haarspray! Und wehe, du klaust mir nochmal meine Haarpflegeprodukte! Bringst du bald Merch raus? Ne, ich werde keinen Merch rausbringen! Ich werde sogar niemals Merch rausbringen! Sondern noch was viel Cooleres! Hey Leute, hier ist wieder eure Chantal! Und ich muss euch jetzt leider sagen, es bleibt euch jetzt schon vorbei, denn ich muss mich jetzt leider auch mal frisch machen! Naja, wenn ich euch in dem Video gefallen habe, dann gebt ihnen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, denn da würde ich mich freuen! Und ja, guckt auch mal bei Joey vorbei! Ihr könnt auch abonnieren und so, weil ihr seht mich bestimmt öfter! Und das wollt ihr bestimmt auch! Und ja, dann würde ich euch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder! Bis zum nächsten Mal!